Wir sind natürlich zufrieden damit, dass wir unser Ziel erreicht haben, das Turnier zu gewinnen, den Select Cup zu gewinnen. Aber so richtig Freude kommt jetzt nicht auf, weil sich Andi Heime wahrscheinlich schwerer verletzt hat. Ist jetzt gerade im Krankenhaus und wir warten auf die Diagnose, aber das sah nicht besonders gut aus. Das Knie ist angeschwollen und von daher hält sich die Freude heute in Grenzen. So, jetzt haben wir hier den Select Cup gewonnen. Toll. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir für die nächsten paar Wochen vor dem Anfang der Saison auch weiter kämpfen und weiter trainieren. Dass wir da am Anfang richtig hart dran in Hamburg und die weiteren Spiele dran gehen können. Hallo Fans, ich denke, ihr habt auch alle mitbekommen, dass wir den Select Cup hier erfolgreich bestritten haben, erster Platz gemacht haben. Und ich denke, das war eine gute Einstimmung auf die Saison. Die offizielle Saisonaufnahme folgt ja noch gegen Tatran Pressov, jetzt am Freitag. Und ich denke, wenn das mit der Stimmung so weitergeht und wir hier dann auch in der Liga ein volles Haus haben, macht es umso mehr Spaß. Und wir schauen, dass wir die Spiele gewinnen und freuen uns auf euch.